Nimm Primelfett und Puddingkraut, 2 Kilo feinste Fliegenhaut, 3 Liter Gold und Himbeertran, ein Walfischhaar und den Zahn von einer Hummel und tu das zusammen in ein grünes Glas. Das Ganze lasst nun 5-6 Wochen auf kleinstgestellter Flamme kochen, wobei man ständig schreien muss. So dann gießt alles in den Fluss, den Bach, den Tümpel oder Teich, auf dem du gehen willst und sogleich trägt dich das Wasser wie ein Brett. So weit, so gut. Ach ja, ich hätte fast ganz vergessen zu betonen, dass all die Mühen sich kaum lohnen, wenn man zum Beispiel schwimmen kann. Du kannst nicht schwimmen? Dann mal ran!